Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, die Osterferien sind jetzt leider für euch vorbei, aber ihr könnt natürlich schon die nächsten Ferien planen und wir haben schon zahlreiche Bewerbungen bekommen, das freut uns natürlich sehr, es sind super Ideen dabei, aber ihr könnt weiterhin mitmachen auf www.werda-beweg.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn noch einige Bewerbungen auf uns zukommen würden, damit ihr uns ins Trainingslager im Zillertal begleiten könnt, im wunderschönen Österreich. Jetzt mitmachen, wir freuen uns auf eure Ideen und hoffentlich sehen wir uns dann im Trainingslager im Zillertal. Bis zum nächsten Mal.